ja hallo schönen guten tag wie bestimmt viele mitbekommen haben waren wir die letzten tage mit vielen sendungen und talkshows demokratie pur unterwegs auf dem kongress von makers for humanity for future summit sozusagen haben getalkt mit gemeinwohl ökonom und ja und so weiter und haben mittlerweile hier unsere wissenschaftliche tagesschau heute umbenannt in talkshows demokratie pur freie argumente plattform das wird also jetzt die zukunft dann sein unserer der name unserer talkshows und ja dann muss ich vielleicht noch erklären warum wir nicht mehr so viel auf ken fm oder bodo schiffmann oder nachdenkseiten und so weiter eingehen wir haben das jetzt so lange und so viele monate und jahre geprüft da ist noch nie irgendein wirklich bedeutsames argument gekommen ist ist noch nie irgendwas vernünftiges gekommen wir ignorieren die jetzt einfach dass wir haben so viel im internet fernsehen so viel verschwörungstheoretiker so viel sekten so viel iso spiro psycho quatsch auf all den quatsch gehen wir einfach nicht mehr ein das ist einfach sozusagen so unterirdisch das darf uns nicht mehr interessieren wir müssen uns kümmern um die wichtigen dinge und da ist marcus krall und hans werner sinn als die vertreter eines hochproblematischen marktes und einer hochproblematischen marktwirtschaft sind wichtig als wichtige gegner die die sind noch erwähnenswert weil das die leute sind die eben den markt fälschlicherweise nicht in seiner echten gefährlichkeit sehen was ich nachher natürlich wieder ganz kurz begründen werde und christian fellmer mit der gemeinwohlökonomie gewö da liegen wir in der nähe auf jeden fall mindestens in der nähe das richtigen also das rennen über die neue staatsform und gesellschaftsform und wirtschaftsform wird irgendwo im umkreise solcher dinge wie gemeinwohlökonomie von felber unsere unsere postkapitalistische gesellschafts und wirtschaftsform mit der wohlfühlstimme als neuer wahlstimme und so weiter und und mit den 20 anderen reformen und so weiter in diesem kontext sozusagen das gute tun das gemeinwohl orientierte handeln zu belohnen und so weiter in diesem umfeld wird die lösung liegen und alles andere können wir praktisch weg tun und nennenswert sind eben nur noch sarah wagenknecht nico pech der die groß und postwachstums gedanke auch wenn wir sagen würden das muss man eben wir können das eben vier wir können postwachstum und die groß kombinieren mit einem echten wirtschafts dauerhaften wirtschaftswunder denn konsumsucht ist einfach auch verschwendung und gegenseitige schädigung im kapitalismus ist volkswirtschaftlicher gesamtschaden aber das kann man alles erst verstehen wenn man wirklich eine solide grundkenntnisse in der neuen naturwissenschaftlichen volkswirtschaftslehre hat und das haben diese leute alle nicht also auch nico pech arbeitet im denk system der veralteten volkswirtschaftslehre der klassischen nenne ich sie mal aber das ist eigentlich die veraltete volkswirtschaftslehre der der naturwissenschaftliche kenntnisstand völlig abgeht und fehlt kevin kühnert ja ist auch noch wichtig weil er sich zumindest mal fragt ob man diese gesellschaft nicht grundsätzlich ändern sollte auch insofern auch reiner maus fällt vor allem weil er uns natürlich auch aufzeigt dass der bürger von heute natürlich in dem ganzen konzert das ganzen keine rolle spielt ja das was man ja dann eben deswegen ändern muss mit der wohlfühlstimme damit er der bürger endlich eine echte stimme bekommt und nicht nur eine stimme leute für vier jahre in ein parlament zu schicken die dann vom ersten tag nach der wahl nicht mehr auf seine stimme hören können weil sie ganz anderen einflüssen ausgesetzt sind und ganz kontakt mit der high society mit der high society das lobbyismus und so weiter ausgesetzt sind ja und ganz wichtig sind aber nur aus dem grunde weil sie den den kontakt mit den großmedien haben sind eben freie des for future greta thunberg luisa neubauer carla rebensma inhaltlich sind sie leider auch bedeutungslos weil sie überhaupt keine ahnung haben wie die welt funktioniert sondern immer nur irgendwie blind fordern und die der sender internet fernsehsender welt hat hat auch eben ganz klar berichtet ja das ganze ist gescheitert fridays for future scheitert mal wieder datteln vier ist am am netz und und nichts von dem was fridays for future wollten wird überhaupt umgesetzt aber sie haben den zugang zu den zu den großmedien und das ist entscheidend und deswegen bleibt das angebot kohle stopp 2026 voll finanziert 900 milliarden euro sieben jahre plan fürs klima bleibt erhalten sozusagen als angebot noch steht das angebot noch wurde es nicht zurückgezogen von ja von wem denn von vom world council of wise people sechs von unseren 24 professoren und doktoren sind hier zu sehen und ja so das heißt also wir gehen in zukunft auf all die irrelevanten dinge nicht mehr ein wir gehen wieder ganz kurz auf schweden ein dazu müssen wir selbstverständlich mal auch unser schönes schönes tagesbild reinbringen ins spiel na wo bist du hier das können wir weg tun unser schönes tagesbild panic virus die panic demie läuft natürlich immer noch weiter und ganz kurz noch mal die realistischen zahlen da werden also sendung gemacht mit professor haditsch zum beispiel die viel zu kompliziert sind wo er die problematik sozusagen aufzeigt in 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 so zu sagen ja letztendlich der dieser ganzen testerei die ja von anfang an statistisch unseriös war ja wenn ich viel teste kriege ich viel ergebnis wenn ich weniger teste und so weiter es ist also alles reine willkür darstellungs willkür Noch mal ein bisschen seriöse Statistik. Also ganz kurz, wo ist es? Hier unser schöner Taschenrechner. Also noch mal klarzumachen. Jedes Jahr sterben in Deutschland circa 940. So müsste also jede echte Tagesschau, deswegen auch unsere wissenschaftliche Tagesschau beginnt erst mal. Liebe Bürger, machen Sie sich klar, jedes Jahr sterben in Deutschland circa 940.000 Menschen ganz normal. Das bedeutet jeden Tag, wir teilen es durch 365, jeden Tag sterben ganz normal in Deutschland 2.575 Menschen. Im Winter müssen wir dem Ganzen immer den sogenannten Winterzuschlag geben. Da sterben dann ungefähr, sagen wir mal so, ungefähr 3000 Menschen jeden Tag ganz normal. Also die Zahl der Corona-Toten in Deutschland erreichen wir schon mit drei Tagen. Und wenn wir jetzt gucken, in 100 Tagen, jetzt müssen wir zwei Nullen dranhängen sozusagen, 1, 2, in 100 Tagen sterben also 300.000 Menschen im Winterzeiten in Deutschland ganz normal. Ganz gewöhnlich, ja. Und jetzt sagen Sie mir, ob es erschreckend ist, wenn maximal zu den 300.000 normalsterbenden Menschen daraus jetzt maximal, wenn alle die Daten stimmen würden, die angeblichen Corona-Toten, dann hätten wir also 308.000 Tote diesen Winter, diese in den letzten 100 Tagen. Ist das erschreckend? Ich finde, es ist nur eine winzige statistische Schwankung, die völlig bedeutungslos ist. Aber das spielt auch keine Rolle, denn wir haben ja den Lockdown gemacht. Man kann ja behaupten, dass wir, wenn wir den Lockdown nicht gemacht hätten, dann hätten wir 400.000, 500.000 Tote in den letzten 100 Tagen gehabt. Das können wir eben schwierig widerlegen, weil zu viele unklare Faktoren dabei eine Rolle spielen. Und deswegen gehen wir jetzt mal, ja, deswegen gehen wir jetzt mal, wo müssen wir hin? Ah, das lässt sich so schwer bewegen. Wo ist denn hier der Anzeiger? Funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was los ist, aber es funktioniert nicht. So, dann bleibe ich mal hier so. Und dann, nee, lässt sich nicht bewegen, das Bild, das ist komisch. Gut, dann 300.000 Tote, also in 100 Tagen in Deutschland. Und dann wären das in Schweden, ich teile durch acht, Schweden hat ungefähr ein Achtel der Bevölkerung, wären das in den letzten 100 Tagen 37.500 gewesen. Und jetzt haben die Schweden so etwas angebliche Corona-Tote von 3.000, nee, 4.400 etwa in der Größenordnung. Ja, dann hätten wir es zu tun mit einer möglicherweise von 37.500 ganz normal. Zum Beispiel im Jahre 18 hätten wir es jetzt in den letzten 100 Tagen dann mit zum Beispiel 41.000, 42.000 Toten zum Beispiel maximal zu tun, ja. Und das, wie gesagt, wäre für mich auch wieder keine erschreckende Schwankung. Das ist alles noch im Zufallsbereich, im normalen Schwankungsbereich kein Grund für einen Lockdown. Und so weiter. Und dann gucken wir uns nochmal die Zahl an. In Deutschland starben im 2018 im Zeitraum der Winterzeit ungefähr 2025.125 angebliche Grippetote, was wir ja auch nicht genau wissen und so weiter. Ja, das würde bedeuten, wenn wir das wieder durch acht teilen. Also das haben wir akzeptiert als ganz normale Wintersterblichkeit, ohne auch nur mit einem Wort darüber zu reden in den Medien, ja. Und dann teilen wir das wieder durch acht. Und dann haben wir hier, dann sind wir wieder bei dem berühmten 3.140. Also für Schweden wäre also eine Wintersterblichkeit von 3.140 völlig normal sozusagen in der Winterzeit. Und jetzt haben die Schweden zugegeben, dass ihre Pflegenheime durch privatwirtschaftliche Aspekte und so weiter extrem schlecht seien. Und deswegen die Hälfte dieser Toten in den Altersheimen gestorben ist, weil dort extrem fürchterliche hygienische Verhältnisse geherrscht haben. Und ja, und wenn man jetzt also von den 4.400, ich sozusagen von den 4.400 Schweden, angeblichen schwedischen Toten, Corona-Toten, wenn man da jetzt ein paar hundert abziehen würde, würde für die besondere Situation des schlechten Altenpflegesystems in Schweden sozusagen. Und wenn man dann sich noch klar ist, dass auch die Mediziner natürlich eine prominente Diagnose, einer hat das jetzt gerade so geschildert, dass es eben so ist, dass die Ärzte, wenn sie dann Symptome sehen, die Corona ähneln, dass sie dann immer wieder testen, bis sie irgendwann ein falsch positives Testergebnis auch bekommen, sozusagen, weil sie es nicht fassen können, dass jemand die gleichen Symptome hat und kein Corona hat. Sondern eben doch nur eine ganz andere Erkrankung hat. Ja, und so passiert es dann natürlich, dass auch in Schweden natürlich ganz stark so eine prominente Diagnose sozusagen dazu führt, dass vieles auch in Schweden jetzt Corona genannt wird von der Ärzteschaft, was gar nicht Corona war. Ja, und niemals Corona war. Und dann sehen wir ja noch den Professor Püschel, der ja bei uns gezeigt hat, dass ein riesiger Prozentsatz all derer, die als angebliche Corona-Tote in die Statistik eingegangen sind, in Wirklichkeit an ganz anderen Todesursachen gestorben sind und Corona nur einen kleinen Zusatzeffekt hatte. Ja, und deswegen ist dann die Zahl 4400 verglichen mit 3140, ist eben nicht erschreckend, sondern das ist einfach durch eine weltweite Panikdämie erklärbar, dass da eben entsprechend Leute sterben. Und insofern haben die Schweden wohl alles richtig gemacht, weil sie gesagt haben, naja, diese etwas stärkere Grippe des Jahres 2020 unterscheidet sich nicht so wesentlich von der starken Grippe des Jahres 2018, dass wir jetzt da also eine riesige Gefahren für unsere Bevölkerung durch einen brutalen Lockdown und Shutdown riskieren. Das riskieren wir einfach nicht. Und da haben die dann Recht gehabt, während bei uns die Schäden jetzt ins Unendliche gehen. Und in Schweden ist die Wirtschaft ja nur deswegen geschädigt, weil wir die schwedische Wirtschaft schädigen mit unserem Lockdown sozusagen, weil das ist ja alles interdependent sozusagen, abhängig voneinander. Und ja, und dann muss man noch dazu sagen, dass auch durch unsere Schädigung der schwedischen Wirtschaft, das natürlich auch wieder zu spezifischen Toten durch die weltweite Panikdämie gekommen sein dürfte. Also von daher, ja, also hier Panikvirus hat die Welt im Griff. Und ja, also bei Schweden, wie gesagt, allerhöchstens der Hinweis auf eine etwas kräftigere Wintergrippe sozusagen Corona und eben kein Grund für irgendwelche brutalen Maßnahmen, wie sie uns geißeln und beuteln. Ja, wie sie unsere aller Gesundheit beschädigen und einschränken. So, ich war hier, war ich gewesen. So, jetzt geht es weiter hier im Text. Ja, Corona, müssen wir uns klar sein, ist gut für Teilbereiche der Medizin. Zum Beispiel die Testindustrie dürfte aufblühen. Und die Impfindustrie hofft ja immer noch auf ihr großes Geschäft wahrscheinlich und so weiter. Aber schlecht für die Gesamtgeschäft, für das Gesamtgeschäft Medizin. Da hat man sich irgendwie vertan. Da hat man nicht mit gerechnet, dass jetzt die Leute alle das Krankenhaus meiden aus Angst vor Corona. Jetzt hat man so viel Panik in den Leuten erzeugt und ist jetzt entsetzt, dass die Leute jetzt gar nicht mehr in die Krankenhäuser gehen. Was übrigens, wenn diese Überlegungen stimmen, dass es mal angeblich einen Medizinerstreik gegeben hätte, wo dann, der dann schnell beendet wurde, als man gesehen hat, dass plötzlich viel weniger Menschen sterben, weil Ärzte nicht mehr arbeiten, weil sie weniger Menschen zu Tode therapieren. Und von daher ist die Behauptung, dass wir jetzt in Deutschland zum Beispiel viele, viele zusätzliche Tote dadurch hätten, dass jetzt zu wenig Krebs behandelt wird, Herzinfarkte behandelt werden und so weiter. Es könnte auch genau umgedreht sein, dass wir jetzt eher diesbezüglich weniger Tote haben. Denn wenn Ärzte weniger arbeiten, können sie auch weniger Menschen zu Tode therapieren. Die sogenannten Iatrogen-Erkrankungen oder Iatrogenetötungen. Ja. Und jetzt versucht man halt verzweifelt, die Menschen wieder dem Medizingeschäft zuzutreiben. Und jetzt ist halt die Frage, sterben dann weniger Menschen oder sterben dann mehr Menschen? Das wäre doch die wissenschaftlich neutrale Frage. Also wissenschaftlich müssen wir doch immer ganz neutral sein. Indem wir sagen, ja, wenn wir die Menschen jetzt wieder der Medizin zutreiben, könnte es sein, dass dann wieder mehr durch Übertherapien, wieder mehr durch Medizin getötete Menschen resultieren. Es könnte auch sein, dass es weniger sind. Also ich persönlich neige zwar eher zu der These, dass dann wieder mehr Menschen sterben, aber das muss man wissenschaftlich offen betrachten und nur eben Anti-Wissenschaftler sagen, nein, wenn die Leute zur Medizin kommen, dann ist es doch klar, dass die Todeszahlen zurückgehen. Also ich denke nur an die Krankenhaus-Killer-Keime, wo dann eben wieder mehr Menschen sterben, wenn sie von den Krankenhaus-Killer-Keimen getötet werden im Krankenhaus und so weiter. Also von daher müssen wir doch da wissenschaftlich neutral und offen sein und für jede Antwort offen sein. Ja, so, dann haben wir das doch erledigt hier. Diese Seite ist erledigt. Dann geht es jetzt hier weiter mit der nächsten Seite. Ja, dann eine naturwissenschaftlich interessante Sache. Also erst mal zur Ergänzung. Manche fragen sich immer wieder oder bei uns, wieso wir sozusagen sagen, dass wir mit der Wohlstimme und ähnlichen Maßnahmen das als planwirtschaftliches Dach über jeder Form der Märkte brauchen und auch über allen Bürokratien. Ja, die Antwort ist ganz einfach. In Bürokratien beinhalten auch immer versteckte Märkte. Immer geht es da auch um Aufstiegsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, Positionen, Gehälter und so weiter. Und das sind eben eigentlich auch Marktelemente in den Behörden. Und deswegen brauchen die eben auch sozusagen eine Lenkung zum Guten hin, ja, sodass sie dann eben Elend nicht nur verwalten, sondern auch gewinnbringend und karrierefördernd verwalten, sondern Elend auch beheben. Und im Moment unsere Bürokratien neigen dazu, Elend karrierefördernd zu verwalten und in die Länge zu ziehen, anstatt zu beheben. Und deswegen brauchen wir auch dort das planwirtschaftliche Dach über jeder einzelnen Bürokratie, das jeweils ein bisschen anders aussehen sollte dann. Ja, dann eine andere, mal wieder eine naturwissenschaftliche Überlegung zwischendurch. Ja, also schauen wir uns vielleicht noch mal hier so ein paar Bilder an. Wo haben wir denn sowas hier? Ja, ach ja, nehmen wir doch dieses Bild hier. Warum, warum sozusagen sind die Bonobos hier? Also hier zum Beispiel, ja, das sieht eher Schimpansen ähnlich aus. Bonobos haben teilweise schon einen sehr eleganten, aufrechten Gang. Das wäre bei uns vielleicht vergleichbar mit den Australopithizinen gewesen. Ja, ja, warum, warum wurden aus den Bonobos nicht auch menschenähnliche Wesen? Die haben doch nur einen Unterschied. Sie haben Fell und leben doch noch viel auf Bäumen. Und damit ist genau das Entscheidende gesagt. Die leben noch auf Bäumen. Das heißt, ihre Hand musste angepasst bleiben, auch auf das Baumleben. Musste also die Doppelfunktion, Manipulation und Fortbewegung im Baum ermöglichen. Während bei uns, unseren Vorfahren, Urgroßeltern, die Hand dauerhaft frei war und die konnte genetisch per Mutation und Selektion spezialisiert werden auf die Manipulation von Dingen. Und damit wurde die Erfindung der Technik sozusagen ganz naheliegend. Und das öffnet dann wiederum die Tür für ein gewaltiges Hirnwachstum. Denn ein großes Gehirn müssen Sie erst mal ernähren können. Und dafür müssen Sie dann mit den Händen Technik, also Steinhämmer, Steinmesser und so weiter. Und die ganze darauf folgende Technik, die ja vor circa 2,5 Millionen Jahren begann, laut Professor Friedemann Schrenk, dem berühmtesten Paläoanthropologen Deutschlands, ist es eben letztendlich so, dass das also das Gehirn, nur größere Gehirne nur ernährt werden können, eben durch die Technik. Und genau das ist bei uns geschehen, während bei dem Bonobos die Hände nicht so feinfingrig waren, auch wenn sie bei dem Bonobos schon viel differenzierter die Bewegungen sind. Beim Schimpansen, die also eher ja so aussehen, sind die, wenn die zum Beispiel irgendwie kochen lernen sollen, sieht das im Zoo oder so, sieht das total linkisch aus, weil ihre Hände eigentlich keine guten Manipulationswerkzeuge sind, sondern bessere Kletterwerkzeuge sind. Und bei den Bonobos sieht das dann schon sehr elegant und menschlich aus, reicht aber eben nicht an die Eleganz der menschlichen Handbewegungen heran. Und das ist der Grund, warum aus den Bonobos, solange sie auf den Bäumen leben, wohl keine Menschen werden dürften. Die müssten erst in die Savanne sich ausbreiten und dann die Hände frei haben. Ja, das haben wir jetzt also auch dargestellt. Dann, nächste Seite. Dann kam so ein Einwand von Zuschauern. Ja, ich mache erst mal unser schönes Tagesbild wieder. Dass eben, ja, Lobbyisten könnten doch unsere Wohlfühlstimmen kaufen und dadurch dann, also dadurch dann eben der Lobbyismus nicht aufhören, sondern die Lobbyisten gehen halt rum und kaufen Wohlfühlstimmen ein und beeinflussen dadurch zum Beispiel die Verdienstzuschläge für einen Supermarktleiter. Nur, sie müssten allein die Verdienstzuschläge eines Supermarktleiters durch Manipulation der Wohlfühlstimmen zu erreichen, müssten sie ungefähr 10.000, 20.000 Kunden dieses Marktes manipulieren, also deren Wohlfühlstimmen einkaufen sozusagen. Und sie kriegen schon für eine dieser Handlungen 15 Jahre Gefängnis, wäre dann der richtige Vorschlag, weil das ja absolut viele Menschen töten kann, wenn man an den Wohlfühlstimmen rum manipulieren würde. Und jeder, der, der Verkäufer, also der Mensch, der seine Wohlfühlstimme verkauft, riskiert ja auch 15 Jahre Gefängnis. Und dann muss man sich eben noch klar sein, dass eben sozusagen für beide das auch Selbstmord ist. Denn wenn die Wohlfühlstimmen manipuliert werden, kriegt ja sogar, würde der Lobbyist sozusagen eine schlechtere Gesundheitsversorgung und Gesundheitsernährung bekommen und der Verkäufer der Wohlfühlstimme würde im Prinzip in Richtung seines Selbstmordes wirken, nämlich dass sein Leben ruiniert wird und seine Gesundheit ruiniert wird, weil dann die Märkte in die falsche Richtung gelenkt würden. Und wenn sie dann zigtausende bestechen müssen und die Stimme abkaufen müssen, außerdem können sie das gar nicht nachprüfen, weil sie keine Möglichkeit haben festzustellen, ob der Verkäufer seiner Wohlfühlstimme sie nicht nur ihr Geld nimmt, sondern wirklich auch entsprechend die Wohlfühlstimmen abgibt in den Sicherheitskabinen der Supermärkte, wo die Wohlfühlstimme abgegeben werden kann, direkt an den Bundeswahlleiter gesandt werden kann. Und dann bei zigtausenden Fällen wird der Lobbyist garantiert geschnappt und landet dann 15 Jahre im Gefängnis. Also das wird nicht passieren, liebe Leute. Das wird kein Mensch machen, Wohlfühlstimmen zu versuchen zu verkaufen. Genauso gut könnten sie ja auch hingehen und versuchen, bei der Bundestagswahl Millionen Stimmen zu kaufen. Das macht ja auch keiner. Ja, Appelle haben Wirkung. Also viele Leute laufen rum und appellieren. Das haben wir auch bei dem Kongress gesehen, bei dem Summit, vor Futures Summit. Appelle haben zwar eine gewisse Wirkung, aber wenn wir mal sehen, welche Wirkung Appelle beim Klima gehabt haben. Die Leute sind mehr geflogen vor Corona und haben mehr SUVs gekauft, ganz egal, wie die Appelle sind. Das sind alles nur Lippenbekenntnisse. Die Leute sagen dann, ja, ja, ich folge euren Appellen, aber in Wirklichkeit machen sie einfach so weiter wie bisher. Und deswegen geht es uns um Gesetzesänderungen, Grundgesetzesänderungen, Verfassungsänderungen und so weiter. Und eben bei der Gemeinwohlökonomie wäre es eben ja dann eine Gesetzesänderung, den Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanz quasi als staatliches Element einzuführen. Und das ist halt der Punkt, ob nicht die Wohlfühlstimme da und die anderen, die Gesundheitskostendaten da nicht die präzisere Datenbasis sind für die Ermittlung der Gemeinwohlorientiertheit eines Unternehmens. Ja, so, also bei uns geht es also um Staatsmanagement. Ja, und dann wurde ein Film gezeigt mit, eine Internetsendung gezeigt mit Luisa Neubauer und da wurde deutlich, dass sie selber entscheidet, was Gesetz ist. Also da ist schon diese Tendenz zu merken, wir mit unserer Meinung als Luisa Neubauer stehen über dem Gesetz. Jetzt wir sagen, was richtig ist und die anderen sind illegal oder illegitim, aber das meint eigentlich, dass die anderen illegal seien und sie selber, also und das ist dann, das ist das diktatorische Element, ja, dass also eben dann winzige Splittergruppen, die im Vergleich zur Bevölkerung kleine Splittergruppen eben beanspruchen, dass sie selbst diktatorisch sagen können, was Gesetz ist und was nicht Gesetz sein darf, ne. Ja, in Schweden, ja, der Blick der Medizinindustrie auf Corona führt dazu, dass von den 300 bis 400 Tagestoten, die ganz normal in Schweden im Winter jeden Tag sterben, ja, zu viele Corona zugeschrieben werden und das hat dann eben die Zahl, die ich ja vorhin genannt habe, 4400, also künstlich überhöht, eine künstlich überhöhte Zahl erzeugt. Auch der Professor Harditsch sagt es ja auch so ähnlich, wenn ich Leute immer wieder teste, weil ich, weil ich erstaunt bin, dass Leute mit ähnlichen Symptomen eben nicht Corona-positiv sein sollen, dann teste ich so lange, bis ich dann ein falsch positives Testergebnis bekomme. Das hatte ich aber schon erwähnt, wegen der Wichtigkeit habe ich es nochmal wiederholt, ne. So, dann haben wir hier, ja, letztendlich ist es eben so, dass letztendlich auf so einem Kongress wie dem Makers for Humanity for Future Summit, wo wir auch eben Veranstaltungen gemacht haben und so weiter, das Dilemma ist, dass viele Leute glauben, denen einen Irrglauben haben, dass wenn sie eine Win-Win-Win-Situation anbieten, also Win-Win-Win-Win-Win, lose, also einer lose, und dieser, der lose, gehört zu den mächtigen Gruppen der Gesellschaft, dass sie dann nicht verstehen, dass ihr Vorschlag keine Chance hat. Das spielt nämlich keine Rolle, wenn lauter Machtlose Win-Win-Win-Win bekommen, ja, aber auch nur eine mächtige Kaste sozusagen, Politiker-Kaste, Unternehmer-Kaste, BDI, BDA, Milliardärskönige-Kaste, ja. Wenn nur eine dieser machthabenden Kasten sozusagen ein Lose verschwört, dann wird das nie zu dieser Änderung kommen, das geht einfach nicht, ja. Das heißt, wir können Millionen Win-Win-Win haben, solange das die Machtlosen betrifft und nur ein Lose haben, aber das eine mächtige Kaste betrifft, dann ist es chancenlos, null Chancen, ja. Und deswegen, bei uns ist es so, dass wir, wenn wir nur die Win-Situation für die mächtigen Kasten formulieren, Milliardärskönige, BDI, BDA, dann können wir sagen, Win, 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 Win überall, auch über alle mächtigen Kasten hinweg. Und darin liegt der große Unterschied von den NextScientistsForFuture.de, dem Weltrat sozusagen, verglichen mit allem anderen, ja, dass wir genau wissen, dass wir zumindest bezüglich aller mächtigen Kasten ein Win-Win-Win-Win-Win erzeugen müssen. Und das machen wir mit der Wohlfühlstimme, nur, dass wir immer noch nicht im Gespräch sind, die haben also gar keine Chance, uns verstehen zu können, weil einfach die sich einfach, alle diese Institutionen und Kasten sich nur auf ganz große Zeichen bewegen. Deswegen brauchen wir ja die Kooperation mit Fridays for Future. Also nochmal das Angebot Kohle stoppt 26 können wir immer noch realisieren. Ihr werdet das nie erreichen. Ihr werdet jetzt wieder nur eine Rückwärtsentwicklung sehen. Datteln 4 geht ans Netz, der Kohlekompromiss 2038 wird infrage gestellt werden, weil wir jetzt erstmal wirtschaftliche Probleme haben durch Corona und so weiter. Und ohne uns schafft ihr nie im Leben den Kohlestopp 26. Ja, also bitte zusammenarbeiten. Und ich muss es nochmal ganz klar sagen. Damals haben, ich schlage das mal gerade auf. Ach, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht hier. Das ist aber auch egal. Damals haben hier, das ist ja unser Angebot hier, Kohlestopp 26, 900 Milliarden fürs Klima an Kreta. Und was haben damals die Scientists for Future gemacht? Oh, es ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen. Ich gehe mal hier hin, über uns, Stellungnahme. Ja, gehen wir doch mal auf die Stellungnahme. Die Scientists for Future haben einfach eine Stellungnahme geschrieben, dass sie eben die Fridays for Future unterstützen. Und dann haben sich die Fridays for Future, das ist zumindest die offizielle Lesart, ob das die echte Lesart ist, wissen wir ja nicht. Ob das Ganze nicht so eine Art Komplott war von vornherein, keine Ahnung. Aber wenn es, wenn die offizielle Lesart stimmt, dann ist es doch so gewesen, dass die Scientists for Future.de als eine kleine winzige Wissenschaftlergruppe, 30.000 Wissenschaftler sind ein winziger Bruchteil der Wissenschaftlergemeinde sozusagen, haben die ihre Stellungnahme angeboten. Und dann haben die Fridays for Future, das ist die offizielle Lesart, gesagt, ja, die gefällt uns, die Stellungnahme. Deswegen arbeiten wir in irgendeiner Weise mit Scientists for Future zusammen. Und dann haben die Next Scientists for Future am Anfang, Second Scientists for Future sozusagen, als Arbeitskreis des Weltrates ihre Stellungnahme geschrieben, beziehen sich dabei stärker auf System Change, auf Postwachstum, Gemeinwohlorientiertheit und so weiter, postkapitalistische Gesellschaft. und sagen eben auch, ja, da, wenn die Fridays for Future in diese Richtung denken, haben sie recht, ja. Und jetzt könnten die Fridays for Future genau so hingehen und könnten jetzt genau so sagen, sozusagen hier, damit man es ein bisschen besser im Bild hat, ja. Könnten die jetzt eben dann sagen, ja, sozusagen, ja, diese Stellungnahme gefällt uns auch und das nehmen wir an. Und deswegen nehmen wir, schweißen wir jetzt nicht die Scientists for Future raus. Nur hat es nicht viel gebracht. Ja, Professor Bötzius, Frau Professor Bötzius, war in den großen Talkshow, ich glaube, bei Maybrit Illner und hat sehr gekämpft für den Klimaschutz und hat null erreicht. Und jetzt müssen wir halt noch zusätzlich zu den Scientists for Future, die Next Scientists for Future rein, denn es gibt ja nicht nur die Science, sondern es gibt hundert verschiedene Science. Es gibt die, die, ich zeige das mal hier auf, es gibt die, wo ist es, schauen wir es uns doch nochmal an hier. Es gibt hier, es gibt die Unfähigen in der Wissenschaft, es gibt die sogenannten dummen Professoren, es gibt die mittelklugen Professoren, es gibt die klugen Professoren und es gibt die genialen Professoren, ja. Und von daher gibt es, ja, es gibt, es kann hundert verschiedene Gruppierungen Scientists for Future geben und es gibt keinen Hinweis dafür, dass die Scientists for Future mit ihren 30.000 Leuten irgendwas anderes wären als, ja, vielleicht sogar leicht unterdurchschnittliche Wissenschaftler. Gibt es keinen Hinweis für, ja. Also ich kann nur andeuten, dass die 24 Professoren des Weltrates eben hier auf jeden Fall hier in den Bereich der Genies der Wissenschaft gehören, ja. Sonst wären sie nicht in diesen Weltrat aufgenommen worden, ja. Aber gut, das kann man nicht beweisen. Aber ich wollte damit nur sagen, jeder vernünftig denkende Mensch muss sich klar sein, es gibt immer mehrere Gruppen der Wissenschaftler und nie ist sich Wissenschaft wirklich einig, ja. Es gibt ja heute noch Leute, die in der Wissenschaft, die die, zum Beispiel die Evolutionsbiologie in Frage stellen, ja. Es gibt ja eben immer, auch in der Wissenschaft immer Leute, die neue Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen können oder wollen, ja. Gut, und von daher, also, ja, also deswegen, also es ist doch ein ganz normaler Vorgang, wenn Fridays for Future jetzt sagen würde, ja, wir haben die Stellungnahme der Scientists for Future gut befunden, haben deswegen gesagt, wir können mit denen eine gemeinsame Weltpressekonferenzen machen und jetzt haben wir hier noch das Angebot einer Stellungnahme der Next Scientists for Future, die gefällt uns auch, weil die mehr die gesellschaftskritische Seite beinhaltet und deswegen können wir das jetzt auch mit denen eine Weltpressekonferenz veranstalten. Alles klar, vielen Dank und wieder, wie gesagt, vernünftige Fragen und Kommentare unten rein, alles andere wird gelöscht, also all dieses Rumbeleidigen und so weiter wird natürlich dann gelöscht, aber auch Fragen, vernünftige Fragen und Kritik gehen wir natürlich immer mit Begeisterung ein. Je mehr Kritik, desto besser, aber sachliche Kritik, Ja, dann gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie auskriege. Das war es für diese erste wissenschaftliche Tagesschau heute nach dem Kongress Makers for Humanity for Future Summit, der online stattfand, was sonst eigentlich in Hannover angesiedelt war. Tschüssi!